Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf im Hause Kolfenbach. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 3. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Am 2. August 1980 spielten die Red Shadows in Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020